Vor 15 Jahren hatte John Hammond einen Traum. Doch in der nächsten halben Stunde wird John Hammonds Traum in anderer Gestalt in Erfüllung gehen. Heute Abend werden wir den Jurassic Park San Diego mit einer mega Attrakte... Das Schiff ist da. So früh schon? Das Schiff ist da. Docks von San Diego. Ich muss mich hier rausholen. Weiter so. Weiter ziehen. Oh, ich bin frei. Danke Kumpel, dass wir den Pulitzer einbringen. So, hier gibt es wieder am linken. Wo ist die Crew? So. Wo ist die Crew? Ciao mein Freund, wenn ihr Dinos auf sie hinzubringen willst. Ach, die Wände. Das Festland. Wir mussten damit rechnen, dass hier was passieren könnte. Na? Das ist verantwortungslose. Einfach reingedonnert. Boom, krach. Direkt auf den Steg. Das ist verantwortungslose. Das ist 100% das verrückteste, was ich heute sehen werde. Nichts kann das ertopfen. Nichts kann das ertopfen, was kannst du? Ich hab das Memo nicht gelesen. Oh, ups. Oh Mann, wärst du nicht da gewesen, dann wär er... Ja, dann wär er... Tja. Oh. Okidoki. guck mal doch mal was hier los ist wir helfen dem, indem wir den Straßen voll weggehen gut, dann übernehmen wir jetzt mal als Männer die Arbeit ne, wir helfen dem gar nicht, ok warum hast man leider, äh, ne Brüte, um den Laderraum zu geleihen so, hier kommt euer Schiff okidoki, ich kann euch gar nicht mehr anziehen, wir sind bei dem zweiten Film, bis wir hier dann in der Stadt waren aber das heißt eigentlich nur, dass ich die Filme mal wieder gucken musste wenn ich das Schiff nicht mehr weiß so jetzt brauchen wir die ab ach, der traut sich nicht ui, ah, das ist zum Einsteigen also jetzt brauchen wir den Helikopter weg wir sind gut, wir helfen dem doch kann man nicht gleich den Container da drauf stellen waschen ach, feier ach, das ist schon Das ist natürlich cool. Jetzt können wir den einfach runter machen. Das mögliche Sammeln ist wichtig, das tut mir leid. Ich habe glaube ich bei dem Endlevel vor einer Weile das nicht geschafft, den die Waren überleben können. Was? Bist du bescheuert? Oh, ich würde gerade sagen, ich hau keine Frauen, aber sie ließ sich gerade nicht vermeiden. Wenn die unbedingt das will. Das sieht ja spannend aus. Ach, Möhlen spielt doch mit vorne, aber kann ich nicht her. Ja, weil. So. Ah, so gehts. Schling. Na klar, sie werfen den Anker nach dir. Oh, was? Pira, haltet sie auf! So, hier sind mal die Leute auseinandergenommen. Hier müssen wir basteln, hier müssen wir basteln. Ja, das ist keine einfache Leiter, sondern... Ui, Sprungbrett. Ich verstehe nicht, was mit der Crew passiert ist. Oh, haben wir hinter dem Schiff nach Wasserschiern gesehen? Hier gehört nicht zur Crew. Gut, das geht noch mit dem Kopf. Boah! Geil! Da ist noch ne Hand dran an dem... So, wir müssen jetzt, äh, das Griff lösen. So, oben rechts, unten links, oben links, unten rechts. Okay, ja. Fangen wir mal an. Da, da, da und da. Perfekt. Geht sogar automatisch auf. Wow, was das denn kann? Das leuchtet. Ach, das ist wieder ne Clip-Took-Stange hier für Lady... Lady Windsor hier. Hier. Hopp. Hallo. Ah, wo? Okay. Hier. Randale! Hier könnt ihr euch genau was im Käfig. Randale im Käfig. Jetzt hast du immer mal Fight im Käfig. Hier haben wir... Randale im Käfig. Und jetzt... Pam, 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 pam. Easi, sag ich noch mal. Easi. Da, 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 da. Wie mal... Kein Dammstein. Da ist, glaub nie Dino, drin. Die riesen Attraktion der Dino. もう voll von bord gekriegt... Nein, lassen Sie das! Willkommen in San Diego. Wir werden ein größeres Boot brauchen. Wir haben alles hier, um das Tier zu bändigen. Wir müssen es zum Hafen bringen. Wo ist das Jungtier? In einer gesicherten Anlage. Warum? Wo ist diese Anlage? Wie ficken wir den Großen? Wir folgen den Schrein. Feinig überall. Wir haben den Kleinen am Porten. Da kam eine Kugel. So, jetzt reißen wir wieder aus. Frontino nehme ich an. Ich weiß nicht, wie ich da lenken will oder was. Ah, ich hab hier! Ah! Okay. Wir können hier jetzt ziehen. Ian! Das war nicht so schnell! Ah! Das werde ich da überlegen! Wo ist es, Mama? Hallo? Hallo? Woha! Woas! Woa! Woa! Fui Krass! Da ist er! Können wir auch nochmal einen Wind auf- Ah! Der Kleiner will auch. Ah, Sirfigage. Wir müssen noch mal ein paar. Ich bin der kleine, aber Mutter geworden. Weißt du, ob wir ihn nun wehren? Ja, aber der Hafen ist auf der anderen Seite. Ohhhh! Gute Frage! Wer weiß? Ja, ich bin der kleine, aber der ist der kleine. Dann wollen wir mal. Bereit? Wo ist der Rex? Ist der noch hinter uns her? Nee. Doktor Mbell, komm! Was haben Sie mit ihm gemacht? Ich will den kleiden! Du kannst beide haben. Oh, da bist du ja. Warte, warte, warte! Warte, 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 w